Kann ich in deinen Keller? Du bist der beste YouTuber. Hä, natürlich, kommt alle rein, Leute. Kannst du mein Lieblingsessen bewerten? Palatschinken mit Nutella. Also Leute, ich hab ja schon vieles gesehen, ne? Aber Schinken mit Nutella, da hört der Spaß bei mir auf jeden Fall auf. Fleisch mit Schokolade passt nicht zusammen, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Hallo Mama, warum wurde ich im Keller geboren? Also ich hab damit auf jeden Fall nichts zu tun. Wenn ich nicht ins Video komme, abonniere ich dich nicht. Also den abonniere ich mit. Mein Fisch ist gestern ertrunken. Och nö.